Meine lieben Überlebenden da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit The Walking Dead in Season 1. Und, was soll ich sagen, ich bin heiß wie Frittenfett, ich hab richtig Bock. Und deswegen, gucken wir mal, wie das heute hier weitergeht. Ich glaube, hier haben wir soweit alles abgegrast. Wir haben die Fernbedienung gefunden. Wir haben bisher eine Batterie gefunden. Äh, und ich glaube, glaube, warte mal kurz, was ist das hier? Können wir das wegnehmen? Ach, das ist die Tür. Okay, ich dachte, dass wir die, dass wir die Palette noch wegnehmen können. Aber gut, dann gehen wir wieder raus. Willst du zurück in die Drogenstelle mit mir? Okay. Lee? Ja? You're not bad, right? I... Why are you asking me that? Nein. That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Uh... Nein. No, he wasn't. Oh. Was he bad? He was. Okay. So, sind wir wieder hier. Alles klar. Ah, hier, guck mal, Fernbedienung. Energieriegel. Okay. Ach, das war gar nicht die Fernbedienung. Ah. Okay, Glenn steckt fest. Okay, cool. Äh, aber noch nicht. Erstmal will ich noch ein bisschen gucken. Hier liegt nämlich noch was. Okay. Was auch immer das gerade war. Ist manchmal ein bisschen schlecht zu erkennen. Hier ist eine Zeitung. Ah, ja, hier, Batterie. Okay, eine fehlt aber noch, ne? Guck mal, was haben wir hier? Da ist auch noch was. Okay. Da haben wir die, ah. Da haben wir die zweite Batterie. Guck mal. Bitteschön. Und hier ist eine andere. Du solltest es jetzt arbeiten können. Ja. Mach mal an den Lachs. Oder muss ich das jetzt machen? Ist es noch nicht funktionierend? Ja, ich kann es nicht herausfinden. Lass mich auf das Ding gucken. Geh auf. Okay. So, pass auf. Batterien sind drin. Hoffe ich. Kann man hier Power drücken. Nichts. Okay. Umdrehen. Ja, hat so falsch rum reingepackt. Die Nuss. Ach. Junge, Junge. So. Nein. Jetzt. Ach, kacke. Die VR-Fall schon mal eingebaut. Nein, 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 nein. So war schon richtig. So. Und jetzt einmal umdrehen. Und Powerknopf. Nein, Powerknopf. Bitteschön. Bitteschön. Naturtalent. Sollte Elektriker werden. Gut. Hier. Was zu essen. Nichts mehr. Steve. Oh, danke, Lee. Wir haben dich. Wie süß, Lee. Das ist der. Gott lieb euch alle. So. Ach ne, hier waren wir gerade. Hier wollte ich gar nicht rein. Ne, 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 ne. Wir gehen wieder zurück. Wir wollen doch Glenn helfen. Ähm. Clem ist hier. Guck mal, hier liegt Anna was. Kann ich ihr den geben? Die Kleine, wo mal was zu essen, glaube ich. Ja. Liebe Clem, dein... Na, siehste. Du hast dich um Clementine gekümmert. Ja, na klar. So. Hier, den Geldautomat. Den haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Okay. An der Tür kann ich nichts machen. Ja, dann ist es Zeit auf jeden Fall. Essensbox. Da war nichts mehr drin, ne. Es sieht aus, dass niemand eine Chance hat, nichts zu tun, bevor das alles runterginge. So. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from our last cup of coffee. Okay. Alles okay? That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. Okay. In Ordnung. Alright then, we don't need to talk about it. Thanks. There's nothing I can do now anyway. Ne, das stimmt. Äh, so, hier. Was macht er? Er schiebt Wache, ne? Heard or seen anything? Nothing, luckily. Want to step outside, have a look around? Ja. Well, not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, huh. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noise. Agreed. Lass mal rausgehen. Frische Luft und so. Jesus, ja. Schon wieder Gammelfleisch. Mmh. Yummy, yummy. Yeah, that's glaube ich auch. Genau, so. Mal ihn gucken. Kann man hier irgendwie was Baumarkt. Ziegelstein? Okay. Weggehen kann ich nicht, ne? So, was haben wir da? Ja. Too bad, we don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know what's going on elsewhere. Ja. The planet's in rough shape, that's all I know. Okay. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. Ja. They wouldn't need long, right? Yeah, just a few seconds. Okay. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Ja, hier, der Ziegelstein. Kommen wir aber nicht ran. Doug, you want to get this door open? About that. You've got the camp, right? No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also part of some egregious fire code violations. It's a combination, Mark. Ah, okay. Lies Bruder. Ach, du Scheiße. Okay. Verlagelte Fenster. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon alles gesehen haben. Ähm, wir gucken nochmal. Das Ort ist voll von TVs und Elektronik. Ah. Fernbedienung, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber es war zu riskierend. Und dann haben wir ein paar Leute aufgerufen und sie versucht haben. Mhm. Und was hat denn? Ich glaube, das sind die meisten, die du hier sehen, wandern rundherum. Okay. Schloss. Okay, durchsuchen. Ja, das ist eine heistige Fortifikation-Job over there. Ja, das hat nicht funktioniert. Wir müssen irgendwie an den, an den Stein kommen. Ich kann nicht erreichen, dass ich da hinbekomme. Äh. Geh wieder hinein. Ausgang. Wir müssen denken, über den Mann auf der Straße zu suchen. Vielleicht hat er ihn gefragt, aber wer weiß, ob er hier wirklich gearbeitet hat. Ja. Hat er recht. Ähm. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Okay. Ja, da liegt der Stein. Da kommen wir aber nicht ran. Müssen wir uns das einfallen lassen. Okay. Untersuchen Fotos. Grußkarte. Nein. Nein. Ich bin entschuldig, dass dein Freund von den lebenden Gästen getrunken wurde. Mhm. Ja. Seine Familie, ne? Okay. Haben wir das auch? Da noch mehr Bilder. Sprechen wir die mal an. Ach, rede mit Carly. Ja, ja, gerne. Die haben uns ja auch geholfen, ne? Lee, du hast eine Sekunde? Sure. Oh, was nu? Back on Herschels Farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? Äh, es ging alles sehr schnell. It happened pretty fast. I guess. But I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves over here. We killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things happened. We didn't make a choice that killed John. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. Ja. I guess. Aufmuntern. Try to let it go. Schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten. Da kann man noch so viel drüber diskutieren. Ist schwierig. So, Carly. Ist sie Carly? Ja, ne? Ne, das ist Lilly. Wie geht's? Ich bin nicht sicher, ob ich deinen Namen habe. Es ist Lilly. Lilly. Mein Vater ist Larry. Ich war nur, was ich früher hatte. Jeder war. Jetzt ist das Herz wiederum und ich bin powerlos, um nichts zu tun. Und die Verwaltung, die mit meinem Vater hatte, hat das nicht geholfen. Okay. Ich werde wieder zurück zu ihm. Das klingt gut. Ich mag ihn nicht. Äh, gut, aber wir wollen ja mit Carly reden. Clem ist auch da. Ja, ja. Bist du bereit? Yep. So. Was? Sie sind bestimmt Ratten. Oh. Oh. Jungfrau in Nöten. Ah, großartig. Okay. 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 Okay, spät über die Mauer. Oh, linker Stick nach oben. Okay. 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 Nochmal. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Gut. Gut. Laufen kann ich aber auch nicht, ne? Nee. Okay. Ah, hier. Ein Kissen. Okay. Ich glaube, ich weiß, was er damit vorhat. Aber ich sag, ich sag nichts. Ich, äh... Ah, guck mal da hinten. Da kann man auch noch hin. Schnell mal ein bisschen rüberschleichen. Sneaky, sneaky. Okay. Mal ins Fenster gucken. Ja, würde ich jetzt aber nicht aufmachen, die Tür. Guckt nicht ganz so gut. Äh... Genau, das hab ich mir gedacht. So, einer weniger. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir da? Zündkerze. Hm. Okay. Sonst noch was? Gang wechseln. Ah! 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 Hat er recht. Hat er recht. Hat er recht. Jetzt können wir da hingehen. Äh... Ne, das machen wir nicht. Mal eben gucken. Okay. Oben gucken. Da ist noch einer. Oh! Kopfhörer. Ah! Ja, 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 ja. Schieben. Oh! Guck mal, da ist ne Axt. Das war großartig. Oh! 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 Sehr schön. So. Mal schauen, wo wir sind. Schraubenzieher, auch gut. Aber wenn das jetzt einhauen, glaube ich nicht so gut, oder? Mal gucken. Mal gucken. Let me see the spark plug. Also inside these things turn car windows to tissue paper. Ah! Okay. Jetzt das Fenster. Fenster äh aufschneiden, ne? Nein! Das war der falsche Knopf. Ist nochmal gut gegangen, Glück gehabt. Das könnte ein Gehirn ziemlich gut schrauben. Das ist genau das, was ich dachte. Uh! Okay. Freunde, weiter geht's. Komm. Da ist nix. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wie ich da... zu dem anderen Typen komme. Ich will die Axt haben. Die wurde... so wunderbar... hervorgehoben. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, ne? Oder? Ja, da hinten. Guck mal. Schnell vorbei. Der ist beschäftigt mit seinem... anderen Kumpel. Mal gucken. Den... Ja, komm mal ran hier. Hallo. Ich hab nen Schraubenzieher für dich. Super Sonderangebot. Voll ins Auge. Oh oh. Ja, bin da. Alles gut. Danke, dass du meine Beine hast. Für sicher. So. Siehste, sind wir schon ein paar losgeworden. Der Dicke muss jetzt auch noch weg, hier. Flong. Dude, woher ging dein Wege? In den riesigen, großartigen Hohen. He he. Holy shit. Das ist cool. Jetzt haben wir das. Ja. Sind wir beide fertig? Was? Ich hab sie schon voll genervt. He he. Das sollte helfen. Ja. Wir lassen uns mal überraschen. Guck mal, jetzt darf ich mich auch wieder frei bewegen. Das ist doch mal was. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt hingehen sollen. Reden. Ich will nicht reden. Ah. Treppe. Alright. Treppchen hoch. Ui 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 ui. Schön vorsichtig. Stück für Stück. Das sind zwei, ne? Ja. Kacke. Zwei sind nicht gut. Einer hätte gereicht. Na. Na komm. Oh oh. So. Ein Brett vorgenagelt. Das bringt's auch. Hallo in da. Wir sind hier, um Hilfe zu helfen. Bitte geh weg. Los geht, Leute. In einem Moment. Wenn ihr öffnet, können wir euch sicherer nehmen. Wir haben eine Gruppe in der Stadt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Abgeschlossen. Stopp! Just stopp! Ich komme raus. Hallo. Du bist verletzt. Oh Gott. Ich habe gesagt, bleib weg. Wir brauchen Sie Hilfe. Wir brauchen Sie Hilfe. Es ist zu lange für das. Leute, sie wurde getötet. Was? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, geh weg. Ich bin getötet. Aber Sie würden nicht einfach weg. Wir lassen uns auf. Wir lassen uns auf. Sie können gut sein. Ich werde nicht gut sein. Meine Freundin getötet. Sie werden getötet, und Sie sterben. Sie kommen zurück, und Sie sterben. Sie kommen zurück, und Sie sterben. Sie sterben. Sie sterben. Sie sterben? Glenn? Ich will nicht das. Es ist nicht Christian. Bitte. Ich lasse mich. Bitte. Ich lasse mich. Ich lasse mich. Okay, begin. Ich lasse mich. Ich lasse mich. Und dann ist es kein Problem. Woah, woah, woah. Ich will nicht einer von ihnen sein. Sie sind... Sie sind... satanisch. Gib es ihr. Was? Du kannst nicht ernst sein. Mach es. Nein. Schwierige Entscheidung, ja. Ihr letzter Wunsch. Dann hat sie wenigstens... eine Wahl, selber zu entscheiden, wie sie stirbt. Was? Warum nicht? Was? Weil jemand die Schraube holen muss. Ich kann es nicht verlassen. Sie zwei gehen weiter. Okay. Du sicher? Ja. Ei, 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 ei. Ich bin bei dir. Ich bin hier mit dir. Du bist ein guter Mann. Du bist ein guter Mann. Oh, ja, 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 ja. 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 Halt. Unser Freund ist hier noch in und aus. Du wirst nicht mehr überleben, Stress. Die nächste Ordnung des Geschäfts ist, die Pille aus der Pharmazie zu bekommen. Ich heute, also von der Geschichte her, muss man erst mal sacken lassen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hier weiter mit Lee, Kenny und den anderen Halunken. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Und wie immer, tschö mit Ö. Ver gold hat er sich hier ab. Dir die erste Bibel going. Und wiecend. AhOST wögel.